Wo ist Harry Kane, Kylian Mbappé, Transfer noch diesen Sommer und mit We Are Football zur Meisterschaft? Das in dem du sagst, mein Name ist Nico und ich grüße alle, die sich gestern nicht haben rollen lassen, wie Aline Rotter Focken. Die Spekulationen über einen Transfer von Harry Kane zu Manchester City haben gestern nochmal richtig an Fahrt aufgenommen, denn Harry Kane ist nicht zum Trainingsauftrag aufgetaucht. Keiner weiß es. Hat er verschlafen oder eher keine Lust, weil er einen Transfer erfressen will? Das ist jetzt die große Frage. Die Antwort ist, ich glaube, er hat nicht verschlafen. Harry Kane hat ja schon vor der Euro 2020 angedeutet, dass er bereit für einen großen Transfer ist. Ich denke, es muss definitiv eine Aussprache mit Levi geben. Ich befinde mich in einer Situation, in der ich nachdenken und ein Gespräch mit dem Vorsitzenden führen muss. Ich hoffe, dass unser Verhältnis dafür gut genug ist. Nach 16 Jahren im Verein hoffe ich, dass wir ein ehrliches Gespräch führen können. Und wenn man englischen Medien vertrauen darf, dann ist das Problem nicht, dass Tottenham partout nicht verkaufen will, sondern dass er preisstimmen muss. Und scheinbar ist es so, dass City direkt vor der EM schon mal 117 Millionen geboten hat. Tottenham hat gesagt, wir haben 185. Jetzt soll City so an die 150 rankriechen, aber am Ende des Tages liegen noch immer 40 Millionen Euro zwischen den Preisvorstellungen. Armin Younes, der Mann, der ja eigentlich noch immer von Napoli an Eintracht Frankfurt ausgeliehen ist, könnte die Eintracht schon bald wieder verlassen. Laut übereinstimmenden Medienberichten gibt es Interesse aus Saudi-Arabien. Und Younes soll der Eintracht mitgeteilt haben, dass er dieses Angebot gerne wahrnehmen würde. Der Eintracht stellt sich das Ganze folgendermaßen vor. Man zieht erst die Kaufoption und verkauft ihn dann gewinnbringend weiter. Und das wäre nicht nur sportlich ein herber Verlust. Der Mann hat sich auch menschlich bei der Eintracht absolut profiliert, vielseitig wie Julia Kraszewski. Doch auf der anderen Seite könnte schon ein Nachfolgekandidat gefunden sein. Nachfolgekandidat. Und zwar Petter Hauge vom AC Mailand. Der gute Mann soll unmittelbar vor einem Transfer in die Mainstadt stehen. Giorgio Chiellini, seines Zeichens Europameister und einer der besten Innenverteidiger dieses Sommers, hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Über zwei Jahre bei Juventus Turin. You guessed it. Das Ganze kam jetzt nicht mehr überraschend, nachdem der Juve-Präsident bereits gesagt hatte, der Mann spielt seit 20 Jahren bei uns. Nur wegen einer Unterschritte und einem neuen Vertrag hole ich noch nicht aus dem Urlaub zurück. Jetzt bleibt er also zwei weitere Jahre. Ungefähr halb so alt ist Caio Jorge, der 19-jährige Brasilianer, wechselt zu Juventus Turin. Der Mann vom FC Santos der Stürmer und gilt als eines der größten Talente derzeit in Brasilien. Kylian Mbappé zu Real Madrid. Wenn euch das Thema nervt, könnt ihr gerne überspringen. Wie mal Laika Miambo. Ja, Kylian Mbappé zu Real. Wir wissen alle, die beiden lieben sich. Also beide Seiten, der Verein und der Spieler, die wollen zusammenkommen. Wir wissen auch, Mbappé hat nicht mehr allzu lange Vertrag und hat Paris bereits gesagt, ich verlängere euch nicht, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und jetzt läuft das Ganze eventuell schon auf einen Transfer diesen Sommer hinaus. Denn Real Madrid, die könnten nach einigen schmerzhaften Abgängen, allen voran natürlich Sergio Ramos, einen neuen Star gebrauchen. Und Kylian Mbappé für 100, 150 Millionen, das klingt jetzt erstmal nach nicht viel Geld. Also absoluter Wahnsinn das sozusagen. Wir reden natürlich vom Fußball. Aber das klingt natürlich jetzt erstmal nach einer Ablöse, die für ein Talent, das vielleicht, oder ein Spieler, der vielleicht noch 10 Jahre Weltklasse ist, nicht viel ist. Auf der anderen Seite, nächsten Sommer geht er sonst Ablöse frei. Und genau deshalb soll PSG inzwischen gewillt sein, über einen Transfer zu sprechen. Also Augen offen halten, vielleicht geht er noch was diesen Sommer. Und dann darf ich euch heute noch We Are Football präsentieren. Der neue Stern am Fußball-Manager-Himmel, entwickelt von einem Team um Gerald Köhler, den Macher von Anstoß. Also der größten Ikonen im Fußball-Manager-Geschichte. Das Besondere am We Are Football ist, endlich werden Männer- und Frauenfußball gleichwertig dargestellt. Es gibt die Bundesliga, die zweite Bundesliga, die Flyer-Alarm-Bundesliga, die zweite Frauen-Bundesliga und es gibt natürlich eine Prise Humor, wie man es von Anstoß kennt. Alles zum Spiel findet ihr also hier in der Videobeschreibung. Und das war's für heute, meine Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.